ja hallo ich bin nico ax ich bin 24 jahre alt ich bin im ersten ausbildungsjahr zum fachinformatiker für systemintegration bei salvia gebäudetechnik als fachinformatiker für systemintegration ist es meine aufgabe netze aufzubauen und diese in betrieb zu nehmen hardware vorzubereiten für neue mitarbeiter und meine kollegen bei ihren it problemen zu unterstützen als fachinformatiker sollte man analytisches denken haben seine arbeit strukturiert abarbeiten lust auf die arbeit haben und ein bisschen flexibel sein schadet auch nicht als fachinformatiker sind meine täglichen aufgaben die hardware von neuen mitarbeitern vorzubereiten und die hardware von alten mitarbeitern nachzubereiten dort die datensicherung zu betreiben noch dazu bin ich tätige user support und helfe dort meistens die leuten in der zweigstelle in danzig polen meine schule ist die gewerbliche schule göppingen mein unterricht ist nicht im block unterricht organisiert ich habe immer donnerstag schule und alle zwei wochen freitags er beginnt immer kurz vor acht und endet meistens kurz nach vier meine ausbildung dauert drei jahre in der schule lernen wir zahlsysteme wir lernen kennen die verschiedenen informationen und datentypen dann haben wir noch einen kleinen anteil allgemeinbildung und aktuell lernen wir unsere erste programmiersprache bei der ausbildung zum fachinformatiker finde ich gut dass man kennenlernt wie programme funktionieren wie netzwerke funktionieren dass man sieht was genau passiert wenn man sich mit dem internet verbindet und hinzu kommt dass ich es bemerkenswert finde wie alles miteinander verknüpft ist und ohne die gar nicht funktionieren würde als azubi bei salvia genießt man gewisse vorteile für jede eins im endzeugnis kriegt man 50 euro und der beste azubi von ganz salvia kriegt am ende vom jahr ein ipad noch darüber hinaus machen wir jedes jahr die azubi tage letztes jahr sind wieder raften gegangen als team building maßnahme die ausbildung kann ich jedem empfehlen der bock of it hat jedem der jeden tag lust darauf hat was neues dazu zu lernen und jedem der seine probleme lösungsorientiert abarbeitet es ist ein Blick auf www.md-dienst-reise-dienst-reise-dienst-reise-dienst-reise-dienst-reise-dienst